Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. Ah, sind wir da gerade mit dem Laster angekommen? Ja, tatsächlich. Hier mit dem Alkohol. Warum brauchen wir das Geld? Waren unsere Anzüge so teuer? Es gibt uns Zeit, bis das Geld ausgeht. Aber noch nicht die Farm verkaufen, Boss. Sam meint, du hast dir was überlegt? Ja, und es wird ihnen gefallen. Wir machen Kohle und geben Morello nebenbei was auf die Fresse. Okay, lass mal hören. Vor ein paar Wochen sitze ich in einer Zigarrenlounge in Blue Tropics. Wo? Ist nur ein kleiner Puff. Nur ein paar kleine Kammern mit dreckigen Matratzen. Ist ein Herrenclub. Mit Bar und allem. Ja, ja. Na ja, ein Typ ist komplett dicht. Jammer hat der Alten mit seinen Problemen die Ohren voll. Komm mal zum Punkt. Ist mir nur wegen seinem bekloppten Akzent aufgefallen. Er labert und labert, dass er so richtig fett abkassiert hat. Aber die Typen, für die er arbeitet, setzen ihn unter Druck. Seine kaputte Nase spricht Bände. Hast du für ihn bezahlt? Niemals. Aber ich hab ihn rausgebracht. Und mich mit ihm in den Deiner um die Ecke gesetzt. Haben uns unterhalten. Städte sich raus, er heißt Gates. Ein Landei. Aus Kentucky. Schwarzmüll? Äh, äh, äh. Besser. Sein Alter hat ein paar richtige Destillerien. Und dreimal darfst du raten, wer ihm sein Fusel hier exklusiv abnimmt. Morello. Und du glaubst, er will sich rächen? Oh ja. Ich bin seitdem an ihm dran. Er kommt heute Abend mit einer neuen Lieferung. Aber er würde mit all seinen Leuten die Seiten wechseln. Alles, was wir tun müssen, es muss wie ein Überfall aussehen. Ja, das kriegt man hin. Ich weiß nicht, Pauli. Traust du diesem Kerl? Er hasst Morello, glaub mir. Außerdem haben wir keine Wahl. Wir sitzen hier bald auf dem trockenen Boss. Das ist ein gutes Argument. Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Wenn Pauli sagt, Gates kriegt das hin. Warum nicht? Treffpunkt? Die Parkgarage in der Innenstadt. Okay. Von mir aus. Aber diesmal hältst du dich zurück. Hast du verstanden? Nimm Carlo und Little Bill mit. Klar, aber du hast hast du den Kopf. Komm her damit. Okay, und was mache ich? Wir entraschen Sie nicht, Boss. Ich will es nicht bereuen, dass du Zeit mit den Jungs auf der Straße verdrängst, Carlo. Besorgen Sie sich nicht um mich. Tue ich nicht. Tommy macht das für mich. Natürlich. Ich pass auf ihn auf, Boss. Wunder Fortuna, Jungs. Äh, danke. Darf ich nicht den Truck fahren? Ah, ich darf das hier fahren. Auch nicht schlecht. Rein mit mir. Ich hätte lieber Waffen mitgenommen. Was ist im Ordnung, Carlo? Was dir wohl in die Rosen? Na, lass das. Große Sache, was? Endlich bist du mit dabei. Hör zu. Ich habe mehr Zeit mit dem Don verbracht, als ihr alle zusammen. Klar. Hast auf der Straße gewartet, bis er mit seiner Braut fertig war. Was? Hat man damals so geredet? Wenn ich nicht mit soll, kein Problem. Ist okay. Der Boss muss es nicht wissen. Nein, du kommst nicht. Was hat der Boss gesagt? Du siehst viel zu hübsch aus. Ehrlich. Gates soll nicht denken, wir werden mieten. Warum ist Gates sauer auf Morello? Als Gates das erste Mal mit seinen Trucks ankam, wollte Morello die Konditionen ändern. Er hat ihm was auf die Nase gegeben. Als Teil der Läuferhandlung. Oh, das ist nicht nett. So hat meine Bank damals auch gehandelt. Deswegen habe ich gewechselt. Dann jammert er seinem Papst die Ohren voll, dass er ausgeraubt wurde. Er überzeugt den Alten, dass Morello die Ware nicht beschützen kann. Und als neuen Koffer hier draußen bringt er dann den Namen Saugieri ins Spiel. Ja, und können wir das beschützen? Orly hat mir gestern davon erzählt und er ist noch schlimmer geworden. Wenn du einen Hinweis für den Boss hast und ihn nicht nur kutschierst, ja? Dann kannst du mitreden. So lange hast du dein dreckiges Maul. So dreckig? Wie ist das glaub ich? Aber heul nicht, wenn Morello sich dich zur Brust nimmt. Echt jetzt? Wollst du das ernst? Leute, hört auf! Himmel! Ihr seid wie ein altes Ehepaar. Ich gebe Carlo recht, der wirkt vernünftig. Pauli hat wieder nur Scheiße im Kopf. Boah. Wieso fahren denn alle so langsam? Ey, der hat nicht geblinkt. Doch, der blinkt. Hat nichts gesagt. Ich wusste nicht, dass die Blinker hier rot sein dürfen und so klein. Ja. Vorfahrtsstraße, Kollege. So. Ja. Ha. Perfekt gepackt. Der Parkwächter will nicht viel dafür. Macht immer zu, bis ich fertig bin. Okay. Alles in Ordnung. Gates wartet ganz hoch. Oh, Pauli ist schlecht für die Organisation, glaube ich. Auf zur Blue Gates. Oder zu Schwarzbrenner Gates. Zu Daddy hat es der Lorien Gates. Wie auch immer sein Vorname ist. Gleich ist ja Gates der Vorname. Hier ist soweit alles sauber. Hier stehen aber schöne Kutschen rum. Autobesitzer sind arbeitende Menschen. Tagsüber ist es hier wie ausgestorben. Wir arbeiten auch und sind hier. Und was für eine Arbeit. Ja, ja. Menschen umbringen. Gibt nichts schöneres. Macht es nicht zu Hause nach, Kinder. Müssen wir sonst noch was über Gates wissen, Pauli? Nur, dass eine kaputte Nase und Kisten voll gutem Zeugs hat. Das ist unser Mann. Das ist unser Mann. Ja gut, dann hauen wir ihm auch auf die Nase. Halt da drüben. Oh. Perfekt eingepackt. Wie ein Bim-Bim-Bee-Fahrer. Schön, dich zu sehen, Mann. Oh, oh. Das stinkt bis zum Himmel. Also. Ihr kennt euch hoffentlich mit Whisky aus. Ja. Ich bin ja nicht so der Fachmann. Tommy. Ich glaube, wir kriegen eine Flasche Whisky und der Rest ist Wasser. Mhh. Brennt das. Die erste Zahlung. Wenn's dem Don schmeckt, zahlt er weitere. Ja, und sie werden immer größer. Wir werden alle noch reich, Jungs. Wir machen gern Geschäfte mit anständigen Leuten wie Don Salieri. Bitte, bestell ihm meine Grüße. Sicher? Ich glaube ihm nicht. Da kommen Autos. Oh, oh. Ich sagte doch, ich wollte eine Waffe mitnehmen. Also irgendwie können sie das doch beschützen. Zumindest den Whisky. Köpfchen hier. Hab sie. Ich hab alle erledigt. Nein, Bill. Kann ich hier was einsammeln? Ich nehm die Schwupptwind. Obwohl. Ich bleib dabei. Muss ich jetzt Gates hier betütteln? Soll man die Körper anzünden und verstecken? Na, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Nein. Du armer Tropf. Es ist nicht so schlimm. Nimm den Fusel und haut ab. Meine Jungs kommen schon. Los, los. Solange ihr sie vorne erledigt, bin ich hier hinten sicher mit dem Kleinen. Carlo, in dem Magen. Tod nützt du nichts. Tommy, sieh nach, ob das alle waren. Es ist doch nicht vorbei. Komm, ich gebe die Deckung. Äh, begleite den Laster. Äh, begleite den Laster. Zu Fuß. Dann mein Auto. Muss ich das echt zu Fuß machen? Ja, hier kommen noch mehr. Alt, Deckung. Deckung. Ah ja. Deswegen Hammer, ja Deckung. So, ein Kollege steht da noch. Jetzt nicht mehr. Ein Glück kommt hier keine Polizei, was? Ich würde da nicht so dämlich rumstehen. Mitten auf die Straße in Kugelhagel laufen ist auch besonders dämlich. Ja. Pistole. So, jetzt hast du mich vom Hals. Nein, Nachladen. Du auch. Ha. Uh, geiles Auto. Sehr gut. Truck, Fiat. Gibt es hier irgendeine Munition? Oh, zumindest. Helf. Helf ist auch nicht schlecht. Das hilft. Äh, das hilft. Vorsicht. Sich bewegen und dann zu schießen ist schwierig. Äh. Vorsichtig, Jungs. Gibt es hier Granaten? Ja, ich hole Löschpapier. Wir müssen sie einschalten. Ja, wir müssen sie einschalten. Ja, wir müssen sie einschalten. Ja. Wenn die Rübe nur rausschaut, kann man auch nur die Rübe treffen. Sprinkleranlage. Aber erstmal Granaten, oder? Wo bleibt die Feuerwehr? Ach, ich bin die Feuerwehr. Nein. Ich werde nass. Oh, die hat aber auch schöne Titten. Kommst du da nicht durch? Erstmal oben. Mal hier raus. Ja. Gut. Ich sehe einen. Schieß. Okay. Ich hoffe, Carlo überlebt es. Da. Hast du Kugel. Du musst kurz nachladen. Ich wusste nicht, dass die schon so weit vorne stehen. Nicht umzingeln. Da sind eigentlich meine Granaten. Granate. Dankeschön. Er hat Schmackes gehabt. Ich brauche nochmal ein Help-Item, weil ich mich dämlich angestellt habe. Nochmal dämlich angestellt. Ganz dicht, Volk. Boah, du hast bestimmt Leute auf der Straße. Viele Leute. Wäre nicht auszuschließen. Hilf. Her damit. Der Truck braucht zum Glück noch keine. Ja, das sieht doch gut aus. Rein da mit dir. Also. Hä? Hier habe ich kein Auto. Sprich mit Sam. Wo ist denn Sam? Schnapp dir den Wagen und fahr mir nach. Sicher, Sam. Ja. Der schützt Carlo. Ah, okay. Darf ich mich mal selbst einsteigen? Wieso ist der jetzt rot? Aber nicht sehr viel Fusel. Er schießt auf die Bremsen. Auf die Bremsen. Ich mag die Mission. Vorsichtig. Vorsichtig. Achso, ich fahre ja. Auf wen schießt du da hinten? Ich seh nix. Uh, hat gebackt. Sehen. Ah, ein Glück. Das ist nicht unser Truck gewesen. Scheiße. Der Truck ist am Arsch. Nein. Letzten Kontrollpunktladen. Glaubt, das Spiel ist extra dafür ausgelegt, dass man hier scheitert. Das ist ja gar nicht dafür gemacht zu gewinnen. Oh, die ganze Mission nochmal fahren. Also den Fahrteil. Das kann ich am besten. Habe ich bis jetzt jeden Tag geschaffen. Außer ins Spiel. Am Arsch. Am Arsch tut's weh. Oh je. Oh je. Ja, ist ja gut. Müsst nicht gleich hüten. Nachladen, Tommy. Dann eben so. Jetzt hat er wieder sieben Schuss. Oh. Wir sind einfach so drauf gegangen. Lass den Wagen in Ruhe. Wie könnt ihr es transporten? Äh. Wie könnt ihr es wagen? Sam fährt durchs Scherbenviertel. Ich schätze, wir dann auch. Ja. Zumindest hat man hier eine eindeutige Spur. Wieso darf Carlo, der Chauffeur, nicht fahren? Ist mir doch viel besser. Da geht ja alles schief hier. Gleich ist Carlo ein Verräter. Das hört sich nicht mehr auf, was? Doch, irgendwann. Irgendwann geht Morello die Personenanzahl aus. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Oh, und bremsen. Ich glaube, links war ein Blitzer. Ein Glück hat die hier Geschwindigkeit vermindert gehabt. Ja. Wir sind wie Huren, was das angeht. Wir können alle abschütteln. Ist zwar nicht nach Plan verlaufen, aber den Fussel haben wir. Ja, aber was bringt das? Und heute Abend kippen wir uns was hinter die Binde. Das haben wir uns zu eigenes. Haben wir das? Haben wir irgendwas hinbekommen? Vielleicht ist da gar nichts drin? Nur noch mehr Schläger von Morello. Warum sollen die uns mehr mögen als Morello? Und das ist Wasser. Whisky schmeckt doch scheiße. Mach halt Wasser mit Benzin. Das schmeckt genauso scheiße, denke ich mal. Wir versaufen unsere Einnahmen. Oh. Und Kapitel abgeschlossen. Ich würde sagen, damit sind wir wieder am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Erklärung. Vielen Dank.